wie sieht der plan aus für die nächsten wochen ich bin ja zurück in australien seit ungefähr vier tagen mein plan ist bis ich einen job gefunden habe für meine sechs monate farmarbeit an dem auto zu arbeiten es gibt ein paar dinge die müssen repariert werden ausgetauscht werden ich möchte veränderungen vornehmen und das werde ich euch jetzt mal zeigen ich habe hier schon eine schublade das erkennt man jetzt glaube ich noch nicht aber die soll hier unten rein jetzt natürlich alles so ein bisschen durcheinander ich hatte ja bisher hier immer diese boxen und da habe ich letztes jahr schon gemerkt dass mich das ziemlich nervt weil um an die hinteren boxen ranzukommen muss man alles nach vorne raus räumen es passt viel weniger rein und da wird mir hoffentlich die schublade mit helfen jetzt viel mehr volumen und es ist halt viel geiler wenn man das einfach rausziehen kann in einem und man hat den zugriff auf alle sachen das werden wir heute einbauen und ansonsten habe ich noch ein paar andere sachen gekauft und zwar einmal für die schublade eine tasche sehen dann so aus und da kann dann eben so alles möglich rein damit eben in der schublade selber nicht alles rum fliegt dann gab es noch gratis dazu eine lampe die kann man per magnet am auto festmachen warum nicht warum sonst noch einmal ein großer mülleimer quasi für den reifen hinten an der tür das kommt dann von außen daran kommt einem jetzt wahrscheinlich relativ komisch vor ich glaube in europa kennt man das irgendwie gar nicht ich habe das auch vorher noch nie gesehen außer in australien aber das haben ganz ganz viele fahrzeuge die hinten so ein spare tire haben am reifen dran weil dann hat man den müll halt nicht im auto die sieht dann so aus aber halt wasserfest hat zwei außentaschen und dann innen drin recht viel volumen dann habe ich noch eine autobatterie gekauft die ist so schwer dass ich sie jetzt nicht aus dem auto rausholen werde aber ich versuche euch mal ganz kurz zu teleportieren wie eine autobatterie aussieht genau so eine meine ich diese autobatterie ist ganz simpel dafür da den kühlschrank zu laden jetzt nicht für das auto gedacht weil die batterie die ich da drin hatte die ist einfach tot und sonst werde ich hier oben noch licht anbringen vorne muss ich den das blinker licht auswechseln da habe ich das cover für verloren vorne einen scheibenwischer muss auch ausgewechselt werden und was auch ganz ganz wichtig war war die retro also der tüv von australien das habe ich schon erledigt sonst sind es eigentlich wirklich einfach nur so kleinigkeiten ich habe jetzt die letzten tage schon so ein paar sachen innen drin gemacht viel sauber gemacht super viel staub innen drin und so was ich möchte die gurte hier hinten entfernen weil die sitze sind eh weg wozu brauche ich dann die gurte weil ich war zu faul die beim letzten mal als ich die umgebaut habe auszubauen jetzt werde ich es aber in einem gang mit dieser schublade heute machen weil es einfach unnötig ist die zu behalten also ja ihr seht schon es stehen so ein paar dinge an und ich werde euch da jetzt einfach in diesem prozess so ein bisschen mitnehmen und gleichzeitig gucke ich ja auch schon nach jobs eventuell habe ich sogar schon job da geht es dann aber in einem anderen video drum aber das ist jetzt quasi so das projekt was nächsten ein zwei wochen angehen werde um mich einmal zu akklimatisieren hier und ja das solange ich jetzt hier an diesem ort wieder bin das eben fertig zu bekommen also gut nummer eins ist schon mal entfernt das war so ein bisschen kleiner struggle weil mit diese ganze abdeckung hier quasi ab musste und man kommt ja nicht richtig dran wegen dem holz aber das ist jetzt hier schon draußen oben ist jetzt hier ein loch quasi und genau das jetzt also einmal komplett entfernt und jetzt kommt einmal die seite dran die wird ein bisschen einfacher weil ich ja hier quasi diese klappe habe so wir haben schon ein bisschen progress gemacht ihr seht hier ist ganz schön viel los im hintergrund da haben wir gerade die abdeckung abgemacht um die ganzen kabel zu legen dann haben wir eben hier die abdeckung abgemacht und da auch die kabel zu legen um da oben die lichter anzubringen und ein anderes kabel haben jetzt gerade dadurch gelegt für den usb port und da habe ich jetzt hier gerade ein loch gebohrt zeige ich euch mal also mit der machine hier ich gerade diesen usb port da quasi angelegt also das loch vorgebohrt und genau das ist die abdeckung die von dort an der seite ist ist auch ganz schöne fimmel arbeit immer aber ja es muss ja sein ja und ich glaube wir sind jetzt wahrscheinlich schon so zwei stunden hier irgendwie am rumtütteln und ja es sieht mal irgendwie nach gar nicht so viel aus aber das dauert halt auch alles seine zeit irgendwie mal gucken wie weit wird es heute kommen also gute sind raus die kabel sind gelegt das licht werden wir gleich anbringen der usb port ist schon drin heißt mit diesem usb port der wird an die zweite batterie angeschlossen und dann kann ich quasi mein handy zum beispiel an direkt neben dem bett vor hatte ich den usb plug direkt an der batterie und so ist derzeit einfach ein bisschen leichter ich habe diese schublade netterweise geschenkt bekommen und die stand einige monate bei regen draußen deswegen musste die erst so ein bisschen sauber gemacht werden und danach haben wir einmal geguckt wie das ganze im auto reinpasst es war jetzt noch nicht festgeschraubt das hat aber alles super gepasst deswegen ging es dann weiter mit den nächsten schritten so nächster tag ihr seht es ist alles hinten aus dem auto draußen wir mussten jetzt eben hier an den beinen noch ein bisschen was abschneiden also hier so dieses ganz kleine stück damit die schublade halt hier drunter passt also das ist hier die zweite dahinter die haben wir auch abgesägt kann man vielleicht ein bisschen sehen da weil sonst die schublade halt hier nicht drunter gepasst hat und hier war vorher auch so ein bein das kommt auch weg das haben wir schon abgesägt damit auch die schublade da drunter passt und das kriegt dann einen anderen support hier auf der seite Leute kurzer nägel und kein nagellack was könnte das bloß bedeuten ihr dürft kurz überlegen ich warte kurz ja richtig ich arbeite wieder ich war heute wieder auf der erdbeerfarm arbeiten auf der ich ja letztes jahr hier schon arbeiten war ich habe da einfach vor ein paar tagen angefragt ob die jemanden brauchen für ein paar tage und ja brauchen sie deswegen werde ich da jetzt drei tage arbeiten natürlich an den wärmsten tagen die es gerade gibt und es war heute echt das war schon echt ein bisschen anstrengend nicht zu krass warm aber ich bin ja die wärme gerade einfach überhaupt nicht mehr gewohnt und die sonne vor allem nicht ähm und ich habe auch keine sonnencreme mitgenommen und auch keinen hut so ein richtiger rookie farmwork fehler aber gut und jetzt habe ich gerade mittag gegessen so einen kleinen rap einfach hallo ähm ja und brauche jetzt erstmal eine pause das war ja es ist einfach so krass ungewohnt und sonst steht heute nicht mehr viel an ich glaube es ist kurz nach drei oder so und ich gebe euch später nochmal ein update zur anderen arbeit also ich werde ja jetzt hier nicht bleiben sondern weiterfahren um meine farmwork zu machen die kann ich ja hier im ort nicht machen oder also hier in diesem ganzen bereich nicht weil es hier nicht weit genug draußen ist ich bin ja hier ungefähr anderthalb stunden von sydney entfernt und das ist halt zu nah an der stadt damit das zählen könnte das werde ich jetzt nicht weiter ausführen das ist mega kompliziert und komisch gemacht von der regierung aber whatever ich chill jetzt also noch ein bisschen kurz und aber das auto zeige ich euch auf jeden fall nochmal da haben wir gestern noch dran gearbeitet ähm die schublade ist drin der kühlschrank ist drin der ist jetzt zwar noch nicht festgeschraubt aber ähm es ist alles an ort und stelle da wo es am ende auch dann bleiben soll und ja ich freue mich da mega drüber ich bin so glücklich über diese schublade das ist voll bescheuert eigentlich aber ja ich freue mich sehr das zeige ich euch also ihr könnt schon sehen es ist die schublade drin daneben der kühlschrank der war ja vorher schon an der gleichen stelle den kennt ihr ja schon und ja jetzt das gute stück die schublade tadaaa es ist auf jeden fall viel mehr platz als vorher war und ich werde jetzt gleich erstmal diese ganzen sachen nochmal rausräumen die ich gestern einfach nur so reingetan auf der fahrt und werde dann die ganzen boxen die ich vorher da drin hatte da hinten drin die werde ich dann hier reinräumen außerdem hat man hier oben noch einmal wie so ein tisch den man rausziehen kann und das ist natürlich sehr geil so zum kochen da kann man den kocher oben drauf stellen und ja dann entweder halt hier stehen oder halt hier und kann dann auch noch den kühlschrank aufmachen das ist natürlich ganz schön premium würde ich jetzt mal sagen der kühlschrank muss unten einmal noch an die bodenplatte geschraubt werden damit er sich auch nicht mehr bewegen kann also seitlich kann er sich nicht mehr bewegen aber er rutscht bei der fahrt dann halt teilweise noch so ein bisschen nach vorne also der muss auf jeden fall noch festgemacht werden aber ansonsten halten sich die beiden quasi zusammen weil hier ja die räder drunter sind und die passen genau dazwischen rein also nach rechts und nach links bewegen die sich zum glück nicht also diese ganzen boxen sollen dann in die schublade das heißt wir dürfen uns jetzt von diesen boxen verabschieden sie haben ihr bestes getan aber es ist zeit zu gehen ich weiß es ist immer schwierig sich von dingen zu verabschieden aber wir gehen da gemeinsam durch und wir werden es schaffen uns von diesen boxen zu verabschieden denn es kommt etwas besseres auf uns zu ich glaube ich werde jetzt erstmal den zeitraffer an machen weil bis ich das alles sortiert habe das wird jetzt ein bisschen dauern deswegen schmeiße ich euch mal den zeitraffer an und ihr könnt mir dabei zugucken wie ich das jetzt hier einsortiere und dann zeige ich es euch am ende einige zeit später habe ich jetzt mich sortiert also wenn man die schublade öffnet dann sieht man erstmal chaos nein ich habe jetzt hier meinen besteckkasten oben drauf ich räume das jetzt mal für euch hier nach und nach runter also besteckkasten da drunter ist mein gaskocher dann habe ich hier einmal eine von den taschen wo so ein bisschen zum kochen gewürze hier alufolie und so weiter drin ist und dahinter ist einmal meine ganzen tupperdosen schüsseln noch einen topf spüllappen alles sowas ein messbecher mein schneidebrett solche sachen die sind dann ganz hinten drin und davor sind dann diese sachen also alle boxen die ich vorher hier hinten unten drin hatte die sind jetzt alle hier drin wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr und natürlich viel besser organisiert und daneben ist immer noch platz da habe ich jetzt meine yogamatte so wischwasser tüten etc pp drin und zur linken habe ich einmal mein stuhl hier reingetan dann die schaufel und die axt die sitzen da jetzt ganz gut ja ich bin wirklich sehr zufrieden damit ich glaube wir müssen uns nichts vormachen man muss trotzdem noch super viel rumräumen und rausräumen um an dinge ranzukommen aber es ist doch viel besser organisiert als vorher und damit gebe ich mich doch schon sehr zufrieden und man kann die schublade auch abschließen das heißt wenn ich mal irgendwo weg bin dann kann ich eben auch meine sachen da drin einschließen und das ist natürlich gar nicht mal so doof ja trotzdem ich glaube wenn man in einem auto lebt dann gehört immer dazu dass man ganz viele sachen immer ständig rumräumen muss weil es ist nun mal kein van oder ein wohnmobil es ist immer noch ein auto und es gehört einfach dazu dass man die sachen immer jeden tag hin und her räumt daran muss man sich einfach gewöhnen und es einem halt so angenehm machen wie möglich und das habe ich jetzt gemacht mit dieser schublade und es sind ja auch noch ein paar andere features eingezogen die zeige ich euch aber nicht heute sondern die tage ich mache jetzt erstmal schluss für heute ich habe genug wir sehen uns die tage ich gebe euch jetzt mal einen kleinen rundown am auto es ist alles fertig und ich bin auch schon ein paar tage damit unterwegs und es hat sich auf jeden fall alles bezahlt gemacht die ganze arbeit ich bin sehr glücklich mit dem endergebnis es ist jetzt nicht super aufgeräumt oder schön gemacht aber nur dass ihr es einmal nochmal am ende sehen könnt ok fangen wir mal im allgemeinen an was man sofort sehen kann die plattform ist hier jetzt seitlich nochmal versteckt weil der kühlschrank hier auch herangeschraubt ist seitlich weil der hat sich immer sehr viel bewegt und jetzt sind hier schrauben seitlich drin das sieht man hier dass der kühlschrank eben bleibt wo er sein soll die schublade ist ja in der bodenplatte verankert komplett die bewegt sich sowieso nicht mehr hier war ja vorher noch so ein bein nach unten das hatten wir ja abgesägt und wenn man tatsächlich hier drauf liegt dann stützt sich das hier so ein bisschen drauf ab also man merkt das überhaupt nicht dass der fehlt und dass dazwischen auch so ein bisschen platz ist das merkt man gar nicht also ja das funktioniert auf jeden fall schon mal super und dann hattet ihr ja gesehen hier schön mit dem toilettenpapier den usb-port und das richtig coole ist dass ihr sehen kann wie viel volt in der zweitbatterie drin sind das heißt wenn das hier unter 12 volt geht dann kann ich einfach den kühlschrank abschalten oder halt die ganze batterie ja wenn ich mal nicht so viel fahren sollte dann kann ich also einfach die batterie ausschalten oder den kühlschrank und dann zieht das auch quasi keine energie ich glaube dadurch ist auch die letzte batterie ja ein bisschen gestorben weil ich so ein bisschen überstrapaziert habe teilweise und ja das möchte ich ganz gerne vermeiden dieses mal und das ist natürlich super praktisch dass ich sehen kann wenn es unter 12 volt geht dann einfach ausschalten und dann ist gut dann haben wir ja die lichter hier oben angebracht ja das licht sieht man natürlich jetzt gerade nicht aber im dunkeln funktioniert das auf jeden fall sehr gut es ist extrem hell das licht also man sieht alles und wenn viele fliegen und so weiter unterwegs sind dann werden die auch von dem licht sehr angezogen aber ja wenn man das wieder ausmacht dann fliegen die auch wieder weg also es ist jetzt kein großer deal und damit bin ich auf jeden fall auch sehr happy ich habe nicht gewusst dass ich das so gut finden würde mit dem licht ich habe immer gesagt so nee brauche ich nicht aber jetzt wo ich es habe benutze ich es natürlich sehr gerne und ansonsten habe ich euch ja schon erzählt ich habe die registrierung neu gemacht am auto das war eben ein ganz wichtiger punkt weil die eben auch ausgelaufen ist oder wäre sehr bald ausgelaufen dann habe ich die scheibenwäscher vorne ausgewechselt ein neues radio ist drin also das auto ist jetzt richtig fancy das alte radio ist ja leider kaputt gegangen nach einiger zeit also ich konnte dann gar keine musik mehr hören im auto und ich glaube dass über das radio freue ich mich am meisten und ich glaube das war es es waren wirklich viele kleinigkeiten aber es ist alles erledigt und ich war schon auf mehreren trips jetzt mit dem auto und ja es lief alles gut und es ist ein deutlich besseres setup als vorher also es war vorher okay aber jetzt ist es halt viel angenehmer und es macht nochmal ein ganz bisschen mehr spaß und da der umbau ja dann fertig war musste das ganze einmal getestet werden hier am stockton beach in der nähe von newcastle ist ungefähr zweieinhalb stunden von da entfernt wo ich gewohnt habe und das sind 20 kilometer weicher sandstrand ich kann euch sagen das ist ein erlebnis es ist teilweise echt schwierig da überhaupt zu fahren man versucht immer diesen tracks zu folgen von den vorherigen autos aber da sich alles total wild bewegt ist das echt schwierig und ihr seht ja hier wie hoch konzentriert ich gucke also es war schon sehr cool okay okay Untertitelung des ZDF, 2020 Man kann es leider nicht so gut erkennen, aber es gibt dort auch Dünen und über die sind wir natürlich auch rübergefahren. Ich habe mich jetzt hier mal so ein bisschen ran getraut. Das war schon echt cool, weil dort keine anderen Autos unterwegs waren. Das heißt, man kann da einfach kreuz und quer fahren, wie man lustig ist. Alles in allem war das echt ein cooler Abschluss zu dem ganzen Umbau, der ungefähr anderthalb Wochen gedauert hat. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. In dem Video geht es darum, warum und wieso ich nach Tasmanien fahre. Also wir sehen uns dann da. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal.